In einer Zeit der Krisen, in der sich viele fragen, wie ist denn das dahin gekommen? Und das, und das setzt ein Mann die falschen Leute an den falschen Ort. Johannes Schlüter ist der Fehlbesetzer. Eine Geschichte über Verantwortung, Vertrauen und Verkacken. Freundschaften werden auf eine harte Probe gestellt. Sag mal, dein Chauffeur, hat der überhaupt einen Führerschein? Nein, aber gerade deshalb hat er diesen unkonventionellen Blick auf die Straße und echt tolle neue Ideen. Wir sind da, Sie können da hinterm Haus parken. Der Fehlbesetzer. Warum hast du den Scholz als Kanzler besetzt? Weil das in jedem Hollywood-Film funktioniert. Der unscheinbare Loser wird von allen am Anfang total unterschätzt, aber am Ende ist er der Top-Gun-mäßige Held und alle lieben ihn. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Umfragen zufolge die niedrigsten Zustimmungswerte seit Jar Jar Binks. Johannes, ohne geeinigte Leutekasten, das hat doch bei deinem Superheldenfilm auch schon nicht funktioniert. Der Fehlbesetzer. Ein Film übers Aufmucken, Rechtsrucken und Wegducken. Deutschland braucht jemanden, der kommuniziert, der Klartext redet, der die Leute emotional mitnimmt. Nimm doch den Pistolius. Das wäre viel zu naheliegend, aber beim Scholz, der stille, introvertierte Nerd wird zum Helden, das ist die bessere Geschichte. Dein Nerd ist eine Pfeife! Pfeisse nicht! Okay Olaf, die Loser-Phase im ersten Akt hast du super gespielt, aber jetzt musst du Führungsstärke zeigen. Hm? Führungsstärke! Was ist denn auf dir geworden? Johannes! Pfeife! Der Fehlbesetzer. Demnächst im Kino. Hä? Was ist denn das für ein scheiß Bild? Hast du das Kamerateam auch selber besetzt? Ja klar. Hallo, ich würde den gerne umtauschen, der funktioniert nicht. Was passiert ist, ich wollte extra drei in der ARD Mediathek schauen, hab's aber nicht gefunden. War ich sauer, hab ich runtergeschmissen, war er kaputt. Aber ich hätte einfach nur hier klicken müssen. Hm. Kriege ich trotzdem mein Geld zurück?